Nach nicht einmal einem Jahr als Chefredakteur hat Wolfgang Eineter gestern seinen Rückzug von der Gratis-Zeitung Heute bekannt gegeben. Spekuliert wird über Differenzen mit Herausgeberin Eva Dichern in Sachen Layout, Interventionen und Inseratenkennzeichnung. Heute ist zuletzt durch eine ungewöhnlich SPÖ-kritische Berichterstattung aufgefallen. Dichern bestreitet die kolportierten Unstimmigkeiten. Sie sagt, ihr Chefredakteur habe aus privaten Gründen gekündigt.